Oh, sag mal, wirst du jetzt senil? Sie wollen dich loswerden! Dot, hör auf zu quatschen, zieh dich an und lass uns abhauen! Wieso schalten wir nicht einfach die Killer aus, die Carlo mir schickt? Wir sind doch im Vorteil. Sie denken, wir sind ahnungslos. Das ist unmöglich. Ich kenn den Typen, ich hab ihm den Job verschafft. Was? Du heuerst einen Freund dafür an? Nein, nicht direkt. Ich hab keine Zeit, es dir zu erklären. Er wird gleich hier sein. Gut, warte hier. Ich zieh mich an. Verdammt, so spät. Sie sind da. Oh, scheiße. Henry darf mich hier nicht sehen. Wir müssen uns verstecken. Schnell! Okay, wohin? Entkomme, Leo. Lass dich nicht erwischen. Wo geht's hier hin? Geht's hier irgendwo durch? Okay, da schon mal nicht. Oh Gott. Ähm, alles klar. Vielleicht passen wir hier rein. Bist du irre? Ich soll mit dir da rein? Ich bin keine Schwuchtel. Ich sperr mich nicht mit einem anderen Kerl in den Schrank ein. Gott, nein, nicht hier, Leo. Luft jetzt! Hey, geh mir von der Pelle. Rück mal ein Stück. Nein, rück doch zu. Sch, Schnauze. Hey, hoffentlich ist das deine Knarre. Hins Maul. Ach Gott, sehr intelligent. Was soll denn das? Hey, Henry. Vito? Ist das dein Freund? Nein, der will nur sein Jackett aufhängen. Okay, los, raus mit euch. Sonst kommt ihr da drin noch auf dumme Gedanken. Okay. Hinsetzen. Was läuft hier, verdammt? Hör zu, Henry. Leo ist dein Freund von mir, okay? Er hat mir im Gefängnis praktisch das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich nicht in der Familie. Ich wusste nicht, dass Eddie ihn loswerden will. Ich musste ihn warnen. Das musst du verstehen. Ja, aber du musst verstehen, dass ich mir keine Fehler leisten kann. Wenn ich Leo laufen lasse, denkt Falcone, ich hab ihn absichtlich beschissen und leg mich... Verdammt, Henry, ich bin dein Freund. Ich würde dasselbe für dich tun. Das hat nichts mit Freundschaft zu tun, Vito. Hier geht's ums Geschäft. Und wenn ich versage, bin ich fällig. Ich kann ihn nicht gehen lassen. Ich hab einen Job angenommen und muss ihn zu Ende bringen. Wenn du nicht zusehen willst, kannst du gehen. Keiner erfährt, dass du hier warst. Also keine Sorge. Hör zu. Leo hat mir erzählt, dass das alles nur wegen Falcons Drogengeschäften passiert. Er verstößt gegen die Regeln und will alle Mitwisser beseitigen. Na und? Die einzigen Menschen, die diese Regeln nicht brechen, sind Frank Vinczy und Leo. Und die haben mich nicht auf ihrer Lohnliste. Vito, vielen Dank für alles. Aber geh jetzt besser. Ich hatte ein langes, gutes Leben. Riskiere nicht, Kopf und Kragen, nur um meinem alten Mann noch ein paar Jährchen zu verschaffen. Nein, Leo. Es muss einen Ausweg geben. Vito. Geh. Sorry, Vito. Keiner erfährt, dass du hier warst. Pass auf, dass du nicht gesehen wirst. Pass auf, dass du hier warst. Du schuldest mir einen Gefallen, Kumpel. Was? Na, Kleiner? Leo. Willst du ein Trink? Was ist passiert? Dein Freund und ich haben uns geeinigt. Ich werde abtauchen. Mich hält nichts mehr in dieser Stadt, seit meine Frau gestorben ist. Ich wollte mich ohnehin in der wärmeren Gegend niederlassen. Okay. Okay. Hallöchen. Hauen wir ab, bevor dein Freund es sich noch anders überlegt. Okay. Hast du irgendwelche Pornohefte hier, die ich mir angucken kann? Was? Wo willst du hin? Ich hab mich doch gar nicht... Ich wollte mich doch nur umkucken hier. Okay. Da muss ich wohl hinterher, hier. Dann gucke ich mich halt hier nochmal um. So. Hier ist auch nichts. Oh. Schick. Äh. Welche Karre soll ich denn nehmen? Ich weiß es nicht. Okay, okay, okay. Nehmen wir mal den hier. Der ist zumindest nicht so auffällig wie der andere. Auch wenn der andere geiler ist. Ha. Okay, Vito. Würdest du mich jetzt zum Bahnhof bringen? Diese Stadt war immer gut zu mir, aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Willst du etwa im Schlafanzug los? So. Das mache ich jetzt mal per Hand auf, hier. Worauf du einen lassen kannst. Ich bin lieber lebendig im Pyjama als tot im Smoking. Wirst du Frank erzählen, was passiert ist? Aber natürlich, keine Sorge. Ich werde deinen Namen nicht erwähnen. Du hast schon genug Sorgen. Danke, Leo. Die ganze Sache ist urplötzlich kompliziert geworden. Verstehst du? Natürlich, Vito. Was hast du erwartet? Du fährst den Eid, ziehst deinen schicken Anzug an und dann ist alles eine große Party? Carlo war schon immer im Fall Loganer Hurensohn. Sogar für jemanden aus der Branche. Ich habe Frank schon vor Jahren vor ihm gewarnt. Und was machst du jetzt? Ich verschwinde und lasse den Dingen ihren Lauf. Ich nehme den ersten Zug nach Lasthaven. Und ich rufe ein paar Leute an und kläre meine Angelegenheiten. Dann fahre ich zum Flughafen und fliege irgendwo hin, wo es warm ist. Morgen um diese Zeit liege ich irgendwo am Strand und trinke einen von diesen Fruchtdrinks mit einem Schärmchen drin. Eins ist klar. Wenn Carlo mich tot sehen will, dann sollte ich nicht hierbleiben. Das wäre eine Einbahnstraße ins Leichenschrauhaus. Ist das nicht übertrieben? Nein, ich wollte mich sowieso zur Ruhe setzen. Und in meinem Alter bis, da scheinen all diese Auseinandersetzungen irgendwann sinnlos. Frank wird sich nie ändern. Er ist ein Streithandel. Heutzutage hört er nur noch auf die jungen Hitzkräfte, weil sie ihm sagen, was er hören will. Wenn er hinter Carlo her ist, kann er das auch ohne mich. Es tut mir leid, dass ich dich in diesen Schlamassel mit hineingezogen habe. Okay, hier ist es. Danke für alles, Vito. Versprich mir einfach, dass du nie wieder etwas so Dummes machst wie heute. Deinen Hals zu riskieren, nur damit ein alter Mann noch ein paar Jahre mehr hat. Versprochen. Das nächste Mal sehe ich zu, wie sie dich abknallen. Hab noch ein schönes Leben, alter Mann. Okay, geh nach Hause. Tschüss Curry. Ich geh jetzt trotzdem aber nochmal hier gucken. Kann ich mal hier rein? Für den gepflegten Mann! So, gucken wir uns mal um hier. Tag. Haben die Höftchen? Keiner hat Heftchen. Okay, da ist der Bahnhof. Komme ich hier auch durch? Ah. Da komme ich sogar auch durch. Okay, hier ist... Was ist das hier? Nix, du stehst hier. Tschüss. Ganz unauffällig übrigens. Dich wird hier bestimmt keiner erkennen mit deinem Hugh Hefner Bademantel. Was hast du hier? Oh. Ach, ich... Mich kennt hier aber auch irgendwie jeder schon, ne? So, gibst du mir jetzt ein Würstchen oder was? Danke. Sehr nett. Komm. Bitte sehr, Mr. Scaletta. Das ist aber auch ein riesen Hotdog. Oh, in... Mit einem Haps ist der Mund. Röreische Hotdogs! Reines Richtiges! So, ich geh jetzt... Mein Fehler, Sir. Entschuldigung. Da, 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 da. Auch wie immer, ich guck mich hier um. Ne. Nicht, dass gleich jemand meckert. Tag. Entschuldigung. Gibt's auch nicht. Hier hat keiner Heft hier für mich. Ach, ich will da jetzt auch nicht drüber klettern, weil dann fährt der Zug los und dann, ne? Zack, bumm. Toc, toc, toc. Obwohl, hier kann ja eigentlich nichts passieren, ne? Ei. Oh ja, Hotdog für 20 Cent wäre nicht schlecht. Auch kein Heftchen. Kann ich hier rein? Nein. Zugkapern ist nicht drin. Ach, der Tag. Die Häuser sind leider immer alle zu hier. Schade. Gut, dann geh ich mal wieder zurück hier. Da komm ich auch nicht rein. Very, very schade. Toc, 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 toc. Was ist das hier? Auch nix. Gut. Komm ich hier rein? Ach, das sieht immer alles offen aus. Na dann. Gehen wir halt wieder hoch. Oh, tut mir leid, Sir. Oh, mein Fehler. Tut mir leid. So. Alles klar. Den haben wir weggebracht. Wenn er jetzt noch erschossen wird, ist er selber schuld. Er wollte das ja hier. So. Na dann wollen wir mal nach Hause. Hm, 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 hm. Ich bin falsch abgedrückt. Entschuldigung, ja, komm. Ich steige freiwillig aus. Tag. Das wird's als kosten, Sir. Hm. Kennen wir ja schon. Ich hab's ja. Danke. Sehr nett. Ich sammle die Dinger übrigens. Danke, Officer. Du dir selbst angefallen und lass das in Zukunft. Hm, hm, hm. Was ist das? Danke. Dann mach ich jetzt halt den Tempomat wieder an. So. Die sind aber auch alle sehr streng hier. Komme ich hier runter? Oh ja. Uh, da bin ich vorne aufgesetzt. Der gute Wagen. Aber naja, ein bisschen schont es immer. So. Einmal die Abkürzung. Willst du mich umbringen? War das der Polizist, den ich umgehauen hab? Ich glaube, ja. Aber ja, ist zum Glück noch nicht ausgerastet. Das ist aber auch eine doofe Stelle hier. So. Jetzt fahren wir nach Hause. Äh, da. Sag ich, ich muss auch hier immer die Einfahrt suchen. Hey, willst du mich über den Haufen fahren? Ja, wenn du vor meiner Einfahrt stehst. Flup. Alles klar. Das haben wir. Franny, was machst du denn hier? Oh, Vito. Was soll ich nur tun? Ich kann nicht nach Hause. Ich will ihn nie wiedersehen. Was ist passiert? Wen denn? Eric. Dein Mann? Wieso? Er trinkt, feiert da und will der Partys und er... Schlägt er dich? Nein. Aber er hat eine andere irgendwo. Ich weiß es. Ob er dich schlägt? Manchmal. Diesen Dreckskerl poliere ich die Fresse. Nein, Vito, bitte tu ihm nichts. Ich dachte, du könntest mit ihm reden. Auf dich wird er hören. Wo ist er? Ich weiß nicht. Er hat einen Freund in der River Street. Okay, okay. Alles wird gut. Hör mir zu. Wenn es dir besser geht, gehst du nach Hause. Ich rede mit Eric. Wenn er sich nicht heute noch bei dir entschuldigt, ruf mich an. Aber der kommt. Gut, Vito. Aber bitte tu ihm nichts, bitte. Keine Sorge. Ich packe ihn schon nicht zu hart an. Ich habe nur eine Waffe in meiner Hose stecken. Suche im Apartment in der Riverside nach Eric. So, du sitzt hier. Geh doch mal lieber rein, du komische Schnalle. Warum altert die eigentlich nicht? Wir kriegen hier immer grauere Haare. Pack die Waffe weg. Pack die Waffe weg. Nein, auch nicht die. Nimm deine Fäuste. Sehr unauffällig. So, jetzt aber. Jetzt habe ich die Fäuste ausgepackt. Wir nehmen direkt mal das schöne Wegelchen hier. Die Sau hier bewegt sich noch nicht mal. Ah, ich dachte erst, ich nehme die Abkürzung, aber ich lasse es lieber. Wahrscheinlich wäre es auch keine Abkürzung gewesen. Ja, ich habe auch keine Abkürzung gewesen. So. Okay. Ja, ja, ja. Die Autos sehen hier übrigens verdächtig nach Mafia 1 aus. In dem Viertel. Ach, praktisch. Ich habe ja den Tempomat noch drin. Oh, wie schön ich da um die Kurve gefahren bin. Man muss sich ja auch mal loben zwischendurch. So. Hier rum. Okay. Hier soll er sein. Irgendwo. Das ist aber ein unauffälliges Blinken. So einfach möchte ich auch mal... Ja, ich möchte auch so einfach mein Geld verdienen hier. Was ist da drin? Kann ich da ja nicht rausnehmen. Okay. Hier wird gefeiert. Wahrscheinlich müssen wir auch genau dahin, wo die Partymusik hierher kommt. Hi. Na, was geht? Was geht denn bei euch? Anscheinend nicht viel. Zumindest redet keiner mit... Schöne mit glitter. Kämst du Hund lange nicht erkannt. Oh, vasха danke Ihnen. Und zurück zu dir. Dann hoarus.